Ach, wartein. Ach. Das ist doch hier Punktesmal. Was hast du uns als Albtraum zugeschübt? Ja, das ist einfach die ganze Zeit. 500 Punkte pro Woche krieg ich locker rein. Meinst du? Ja. Was ist für das, wenn Matti jetzt noch einmal die Woche streamen würde? Was machst du da? Dann würde Matti von Langeweide sterben. Und sie wieder mit denen fertig werden. Wenn ich mal ein Detektion hätte, das ist Matti wieder werben. Was würde da irgendwas machen? Ey, Matti. Was ist der? Oh, nee. Oh, Maribo. Okay, jetzt bin ich wieder Erster. Ich hab die ganze Runde noch kein Item gekriegt. Ah, ich bin irgendwie runtergefallen. Das war schon mal ein Erster. Da hab ich aber ein bisschen stehengeblieben. Bei mir bist du voll stehengeblieben. Was ist los? Ich bin runtergefallen. Ach so, echt krass. Bei mir war das gar nicht. Das bin ich ein 5er. 500 pro Woche nur? Ja, ich glaub, mindestens mein Unterscheid, glaub ich, dass die 500 Easy wieder einholbar sind. Und ich glaub, das geht ja voll klar. Also ich weiß nicht, wie viele Rates am Unterscheid mitnimmt so die Woche. Aber... Jeden einzelnen. Ja, ich mein, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Rates mitnimmst, hast du ja schon 500 drin. Das ist ja easy. Und... Ja, weg. Du streamst viermal die Woche, wenn ich das richtig sehe. Und wenn ich dann... Nimm jeden einzelnen Rates mit. Objection! Montags, Dienstags, Donnerstags, äh... Samstags und... Sonntags. Er macht nicht gut von den Ratschen. Oh, ich muss sonst Runa gefallen, ne? Bye, Matty. Verdammt. Von Nuna nicht mehr, Wayne. Hey, Müni! Hey, Müni! Man, wie viele Red... Mehti. Nein! Ich bin Müni! Wenn's mir da helfen könnte. Hallo, Müni! Tschüss, Müni! Boah, ey! Tschüss! Und das in der letzten... Und du? Und du? Und du? Ah, ich bin Ba! Müni! Ba! Und du? Und du? 36 für mich und mit 36 sieger hat und ich habe drei siege unverschieben die krone ist so ungewohnt mein kopf fühlt sich so leicht natürlich neben der schweren last auf meine schulter also wir müssen einmal kurz festhalten weil das wird jetzt nie wieder passieren dass ich erste werde in der ersten runde ja kannst ich habe vor dass wir nur noch war ja auch passieren dass wir damit wissen ich will die mario kart streams zu barrio abfahrt zu ihm zu machen ok dann möchte ich nächste woche einlösen nein wir lesen nicht aber nächste woche einfach punkte vor ihm ein easy kann ich auch kennen wir eine kuh zufällig auswählen muss kannte man ja ich wünsche mir immer zufällige mips aber ich nutze ja eh eigentlich immer zufällige das ist ja froh irgendwie aber es geht ja darum dass andere leute nicht bei arrios abfahrteilen ach so gar dann denke ich mir immer noch baby park ich wollte gerade sagen ich hätte jetzt mit baby park gerechnet das ist nur einmal lustig das ist so gut ich bin dann kurz mich das auch an abfahrt 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 das geile muss immer mit seinem bimbing park damit sie weiß ich weiß es dann aufhören wenn ich in eine kuh fahre du bist in die leitkugel fahren schande über dich mhm hey ich wäre durch die kuhl gefahren hätte ich noch in der who cape gehabt ach so danke für deine drei pilze mhm ach hi Haribo für dich Muni danke voll gerne Haribo du hast sie von mir fern gehalten ich war nämlich gerade noch unsichtbar nein wer war das wer war das mit der das war ich ach danke Muni gern gesehen voll gerne boah da muss ich ja jetzt hier wieder alles wegen Ultraschall habe ich gerade den letztplatzierten überrundet mhm äh strecken jawohl ich habe Roy überrundet und Rosalina ich glaube das heißt Maupra jawohl ich bin immer noch dritter alles klar na dann hab eine angenehme Schicht viel Erfolg oh shit verarbeitet dich nicht und viel Erfolg auf der Arbeit lass dich nicht ärgern Anna wie du lässt dich ärgern lass dich ärgern lass dich ärgern Anna lass dich ärgern nur von mir soo das musste Selina ja klippen ne wieso wählt ihr eigentlich alle Varios abfass das stimmt mit euch nicht echt mal mach ich auch wir fahren hier nicht oft genug hier wer fällt hier noch okay das soll dann Babypuck mit springen Babypuck mit springen ist okay Babypuck wie das noch in Ordnung ist also mit springen Exit by the Arena ist schon besser schon cool cooler shit der ist besser als Varios abfahrt besser als Babypuck nein das stimmt nicht also ich lieb Varios abfahrt ähm 13 Uhr Flammy ich mag den Donkey Kong 13 Uhr die haben uns geiler hat kein item bekommen doch hab ich und natürlich ich bin ich erster werde ich erster bist du hast du keine itembox zerstört es gibt dann heute es ist glaube ich schon das oder so noo oh die wretched Haribo auch ja ich hab gesagt Haribo auch kannst du doch nicht ja sagen du dann geh einfach geh geh weg 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 das ist ein teaser zu among us also man muss also wenn schießt das direkt so lang im sieg ja habe ich gesehen habe ich gebremst ich das nur so der das haben wir doch bis dann bin ich drei wunderbar dann kam der blitz hier alles verlangt das ist voll egal das was gut ist es nicht gegeben hat und der alle vor ein noches alles im osta ja x ich bin da voll gut ich werde komplett durch mario kart fahrer ich bin es weiter ich bin so stolz auf ich bin sechs das war bestimmt das war nicht sicher weil ich habe einen geworfen aber ich habe aber ich bin aber ich glaube haribo und die waren direkt hinter mir und die haben nicht abbekommen und deswegen kann ich wünschen mir dass man so ich habe vergessen war ich uns ab von was falsche map gewinn stimmt das kriegt er die punkte ja quatsch machen wir gibt es doch war scheiße mal machen wir gleich einen zusatz einmal bonus vielleicht weil man ja so lange ist also entweder wenn ich nicht alle waren und ich bin erster also ich will ganz bestimmt nicht war ich bin nicht nur baby praktisch nehmen gleich wieder ich nehme gleich wieder war dieses andere wenn du das möchtest nein 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 das habe ich nie gesagt gibt keinen baby pack verboten ich will auch ein war für abfahrt ich würde auch gerne die kälte und wir haben und es gibt dann den lassen oder gar nicht gewählt machen weil ich glaube ich den tag wo die kälte und hoffentlich bekommen warum meine freier finden das habe ich das alles ziemlich schmeißen ich bin mittlerweile bin ich nicht mehr neun oder so immer bei marik wir machen die 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 letzte runde nehmen wir dann einfach alle waren abfahrt werden die alle die kälte junge nein und dann gibt es noch mal so ist wahrscheinlich ich habe ernsthaft jetzt gerade zwei bomben bekommen wenn ich mich auch aufwärmen war es abfahrt zu wählen aber ich möchte meine punkte zurück weil ich wurde betrogen war wohl sie nicht ja hier wurde nicht der dienst angepasst gegeben der mir angeboten wurde reporten ich brauche die punkte ich muss doch vor der gistler sein tut mir leid an den gegen der mich gerade den ich gerade ja voll gerne ganz behalten nein und anscheinend willst du dann die punkte dann wieder haben oder soll ich dann einfach gleich weiter auf der sparen ich würde lieber meine punkte wieder haben und du kannst gerne wieder alles wählen okay ehrlich gesagt letzte in letztes mal war er hat er schon ein paar mal das abfahrt gewählt das wäre dann ja so gesehen dass das geht ja nicht mann ey ich wollte mich auch nur mit der kütze das ist völlig eh schon die ganze flushe wer ist mosalina ich nicht ich und dich und Ultraschard ah schade ich dachte ich habe es vorher reinten da gebe ich die punkte zurück nein 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 5 da ich bin mit der red shell ins ziel reingerutscht die red shell hat mich davor getroffen und auf die ziellinie geputzt knapp knapp ihr könntet ihr dann kurz warten meine mutter bringt mich um wenn ich jetzt nicht katzen kümmert äh ich warte nicht um was kümmern du kannst ja einfach gleich wieder rejoin oder so ja genau kannst du ja dann einfach warten so lange also ja genug hat es auch wieder da ich bin gleich wieder da ich bin gleich ich kann ja versuchen die kaitung ja ihr wolltet die strecke alle ne halt nobody Church niemand wirklich niemand und advantage ihr wolltet baby waren wir wollt Sollte wirklich, sag ich, es ist ein Baby-Pack. Eins. Hm. Er wieder dritter Schalldochter. Nein, er... Das wird automatisch gewählt. Achso, ja, weil er rausgegangen ist und dann... Wir kriegen seine Strecke. Boah. Na, schade. Ja, ist klug. Ist er rausgegangen? Ja, ist, glaub ich, rausgegangen. Ich meine nicht. Ich glaub, der steht. Ja. 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 Ich mein, der steht jetzt ja einfach nur noch gleich im Match. Achso, ja. Da ist die Rosalina. Achso, ja, gut, ich dachte, das wär ein Bot oder so. Ja, gut, kann sein und dann fährt er jetzt ein Bot mit und dann ist er gleich wieder raus. Weil wenn er dann nicht steht, ne? Man, ich steh, ist es nicht, wenn man stehen bleibt, dass es dann... Ja, aber es steht nur Rom. Ja, okay, ja, dann ist er noch drin und dann ist er... Wie lange ist das Rennen gestartet? Gerade vor 30. Ja, wir sind jetzt in der letzten Runde. Also in der letzten Runde von der letzten Map, weil gleich spielen wir Mongas. Da auf mich zu veraschen, ich bin jetzt schon 8er, also... Oha. Krass, ich muss sagen... Dann hast du das Katzenklo sauber gemacht. Also ich brauch immer ein bisschen, um Katzenklo sauber zu machen. Sand wieder rübergeschüttelt. Ich bin Speedy Consales. Was? Du solltest das nicht essen, was da drin ist, ne? Oho. Ja, ich weiß. Ich brauch mein Baby-Budder essen. Ich brauch mein Baby-Budder essen. Soweit, dass man alles, was da vorher drin war, nicht mehr... Das ist Ultraschall. Das ist Ultraschall, das ist Baby-Budder. Nein. Im Katzenstreue ist Baby-Budder. Ja, Baby-Budder kommt die Puder hoch raus. Zum Peach geh weg. ich wollte die ganze zeit nur den pilz was ist jetzt los wo bin ich was mache ich denn das ist was sie wurde von dir ausgewählt bist du links runtergefallen ich war dritte ich bin achte jetzt was soll ich denn sagen jetzt bin ich also ich weiß nicht was ihr alle habt jetzt habe ich auch schon ich habe jetzt schon haribo ist ja auch ich habe jetzt schon mit überholen einfach nur noch perfekt fahren und dann schaffe ich auch jetzt kommt jetzt ernsthaft das ist doch mal wieder so und ja okay ich bin aber ihr erst mal immer nur am beschweren hier siehst du deswegen kommt auch die blusche hat sich die red hat getroffen in der luft ja voll gerne die war fast und ich bin einmal in meinem leben erst zu sein ich finde heraus wo du wohnst das ist die rache in der straße in österreich frankfurt dafür dass ich als zwölfter gestartet bin und 30 sekunden verspätung hatte eigentlich habe ich meine punkte zurückbekommen ich habe meine punkte nicht ich hatte 25.000 jetzt habe ich immer noch nur 24.000 jetzt kommt noch und war jetzt ab soll er die punkte wieder also ja 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 genau okay ich bin zufrieden es gab einmal war ihr abfahrt in diesem stream und jetzt auch ich brauche ich keine variabfahrt mehr woher haben wir gar nicht mal ich bin zufrieden ich bin gewechselt ist gewechselt dann einmal kurz warum bleibst du stehen weil ich mir gefallen weil blushe und dann reingefahren ich bin gerne meine green das passiert manchmal bei mir dann haben sich die anderen schon dran gewöhnt dass ich in ihre items reinfahre ok naja alles gut und ich bin wieder hinter dem schießt das letzte mal als ich hinter dir war habe ich dir den ersten tatsache soll ich hinter dir bleiben ja wäre sehr sehr nett dann muss ich noch haribo holen der irgendwo davon ist ja endlich mal eine gute blushe gern geschehen gern geschehen soll er denn mit den redshirts über den abgrund springen was sollst du hast du mir vorhin die ersten platz geklaut hast ach so von dir war oha mann wer klaut mir die ganzen items ey das gibt's doch nicht ich raste aus ach so ich wünsch dich was ich wünsch dich wer es gewesen hallo maripo ist jetzt schon so lange raste ja das ändert sich gleich ich kann ihn doch das ist toll au da war ein baum hallo hallo ich bin voll gegen den baum gefahren und aus dem weghaus geflogen er hat fast geflogen aber gegen den baum gefahren ja haribo wir sind zwillinge das passiert weg da mein job leider hallo ich bin über die blushe hallo du bleibst noch auf mich ich warte eine Sekunde erst und es geht auf mich hallo ich hatte so Glück danke schießgeck du wurdest von mir geopfert nein nein überbeißen nehme ich später an also die bombe die da vorne lag die war lustig ich bin da reingefahren und hab noch jemand mitgenommen also die war meine ich bin reingefahren und hab jemand mitgenommen danke voll reine und danke für die pilze den falschen haben oh hat er einen guten hunger warte nur noch auf groß ja das ist nicht schlimm wir spielen auf jeden fall eh noch eine weile Mario Kart wir haben jetzt gerade die hä meine banane hat die red shell nicht abgewehrt scheiße war das ne grünschell hat die grünschell gewehrt vierter vierter ich konnte meine banane nicht die red shell abwehren ja meine grünschell hat dich getroffen nice dritter ich bin noch dritter finde ich gut ich finde das nicht nett dass haribo mit mir den platz teil also ich muss damit erstmal noch ich weiß ja wir sind beide ja keine absicht ja keine absicht achso also jetzt wo ich meine bari abwärts habe nehme ich eine andere stage die kedungen wo ist die denn wo ist die denn beim bananen kap die letzte bananen kap die letzte die stank ab die dritte m 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 es muss einmal in diesem stream babypark geben ja was ist los mit euch es gab ja schon mal die Abfahrt jetzt muss es auch Babypark geben ach ey muss die Gelddschungel geben ja nachdem ich mal schießt dann nach vorne einfach nur den Dschungel die Gelddschungel ist wirklich schönste Matti es gibt also nee wie sagt ww die park und dann lebt die cage ohne dann oha ouch ja ok niemand überholt mit punkt aus ende ende der diskussion ende der diskussion Matti warte ich hab nur irgendwann angefangen zu diskutieren echt mal ich bin nur noch nein ich lass einfach Ultraschall vorne und ich fahr einfach mal hinterher pass auf ihn auf und warte bis der Duschack kommt und voll wegkretze genau also das wäre Teamplay das ist auch okay weil ich habe gerade ein pilz mal schießt was machst du hier vor dass sie ja halt versuchen auf ultraschall aufzupassen ich bin genau hinter dir guckt was sagt ich habe die ich habe für dich eine bühne ich habe für dich eine bühne Ihr sollt ihn nicht helfen, ihr sollt ihn hauen. Nein, ich werde mich dann gefahren. Seht das? Achso. Ich werde Matti helfen, er hat mir geholfen. Auch wenn es eigentlich nur zu seinem eigenen Vorteil war. Er hat mir geholfen. Okay, Cheesecake darf vorne bleiben. Hol Matti. Und fahr dann gegen die Wand. Ähm, Matti? Du bist hinter mir? Wann bist du hinter mich gegangen? Fahre, du Kleine. Komm schon, komm schon, komm schon. No, no, no. Nein, jetzt bin ich da. Scheiße, ey. Ich wein gleich. Möni, das war gut. Du wirst ihn ab und wir holen ihn gerne. Mann. So, jetzt aber. Ich wein gleich wirklich, Alter. Ich war schon zweimal. Ja. Nur die Batch-Baby-Park dann kam, wird D.K. Dschungel ausgewählt. Jep. Wurst du nicht. Äh, da ist nicht wichtig. Nimm einfach was anderes. Da, da, wo ist ja. Äh, irgendwo weiter rechts. Achso, da, da, ich hab' ihn schon, hab' ihn. Das ist schon richtig. Fifty-fifty mal gucken ob wir Baby-Park kriegen. Oh, bitte nicht, ey, blöddy. Danach kommt vielleicht DK-Jungel, das ist... Glaub denen nicht, wir machen eh gleich Ende. Nee, Fifty-Fifty, wir kriegen's nicht. Nein, jetzt gehen wir wieder auf Schattlichkeit halt, ne? Okay, welcher Platz bin ich auf? Wahrscheinlich letzter schon wieder. Ich bin gleich mit Haribo. Hm? Ich bin gleich mit Haribo von den Punkten her. Ja, geht mal gar nicht, ne? Oh no, ich hab den Superstar verkackt. Weg da. Ich glaub, wir haben alle besucht, Maddy den Superstar verkackt. Nee, ich hab ihn auch hinbekommen. Ich bin direkt hinter Maddy. Was? Ich... Ultraschall, Alter. Ey, jetzt schubst's mich nicht. Ich bin direkt wieder hinter Ultraschall. Äh, hinter Dingstar, äh, hinter Maddy. Haribo! Dankeschön. No, 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 no. Ey, wen hab ich getroffen? Seid ihr nicht? Ja! Aribo! Ey, wer wer hat hier? Wer darfst du mir vorhin den ersten Platz nehmen? Nein! Diese Banane, die war ja so gut. Ich brauche um die Green Shale! Ich bin... Okay. Ich fahre euch alle gerne, aber bitte, könnt ihr mir ein einziges Mal diesen ersten Platz lassen? Nee. Maddy, geh weg! Ultraschall, ey, du hast mir mein Item geklaut. Ja, hat dann ja auch... Ja, wenn's nur das Item war, dann ist das nicht so schlimm, oder? Ich fühle es. Maddy, du triffst doch, du hast noch lieber getroffen, aber knapp noch. Ja, hier war eben... Ja, gut, der war noch super weit weg, also ich muss sagen, er war so weit weg, ey, dass die Feuerwehr immer durchging, ey. Ah, Maddy! Ah! Das ist auch selbst schuld, ey, ich musste irgendwer und geht mir gleich wieder auf die Nerven gehen. Deswegen hab ich die Gruppe Exe noch dabei. Für schlechte Zeiten. Die Exe sind noch RAM. Das war ne schlechte Idee. Wer ist eigentlich hier Ludwig? Weg da. Boah, Ludwig ist keiner von uns. Das ist ein CPU. Äh, keiner von uns. Bah! Ihhh, keiner von uns. Das ist kein Control-Fahrer. Keiner von uns. Keiner von uns. Er muss sterben. Keiner von uns. Womöhnlich, weiß nicht. Nein, 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 mein Stern. Mein Stern. Der deinen Namen... Der deinen Namen trinkt. Mann, ey. Der Stern, der meinen Namen trug. Hoch am Himmel. Die ging weg durch Betrug. Oh, Maddy, du hast eine Bananenschale. Ja, hab ich gesehen. Mach schon. Mach schon. Mach schon. Mach schon. Also. Was ist, Maddy, was kann ich gegen dich tun? Ich hoffe nicht, es geht dann. Haribo! Mach. Ich bin doch froh. Ich hab, äh, jemand hat, äh, ne benutztete Feuerblume. Die wird gleich mit Zeit verpusten. Ja, aber ich krieg die neu. Oh. Ich bin erster. Bitte sagt. Komm schon. Ich bin erster. Ich bin erster. Nein. Ich muss sechster werden. Sechster, 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 sechster. Ah! Ich hab's geschafft. Ich werd das klippen. Das wird. Das ist mein Moment. Ich steh hier am Rand und krieg die Blue Shell ab. Okay. Zehnte. Ich wart einfach noch drei NPCs. Holy shit. Und ich bin erster auf der... Bitte lass jetzt zu Ende sein. Ist jetzt zu Ende. Ist zu Ende war das das Letzte? Ich krieg jetzt gerade das an hier. Ich mag es sein. Aber komm weiter, Karne. Komm weiter. Ey, die Hälfte haben wir hinter. Wenn ich das schaffe... Ey, Mini Park. Ey, Mini Park. Ey, Mini Park. Wenn ich's jetzt noch schaffe, Erster auf der Tabelle zu werden, dann... Dann möchte ich meinen Doktortitel für Mario Kart haben. Okay. Über drei. Baby Park. Ist nicht Baby Park. Jawoll. Ist ja... Zwischen den ganzen Baby Parks. Vielleicht müssen wir erst Dika Dschungel ausspielen und dann Baby Park. Ja, find ich gut. Mach mal erst mal Dika Dschungel. Das ist ja das, das ist ja das. Ja, aber das will Matti ja eigentlich nur. Wer will denn hier... So, Matti dagegen ist, dass Dika Dschungel gespielt wird. Nein, Matti ist ja dafür, dass Dika Dschungel gespielt wird. Baby Park nicht gespielt wird. Ja, wirklich. Ich hab jetzt... Na... Okay, let's see. Erstmal das, was Matti nicht will. Immer. Das ist die heilige Regel. Achso. Ich würde Dika Dschungel nicht. Heilig. Matti? Ich würde ihn eigentlich als ATS dagegen gehen. Mist. Ja, wenn du wirklich Dika Dschungel willst, musst du Baby Park wählen. Und dann hoffen, dass es Wendem gewählt wird, ne? Wendem Schatten auf dieser Map zu haben, ist glaube ich sehr, sehr schlecht. Ja, und Pilze und alles andere, was eigentlich jegliche Kontrolle dreist. Ich hab einen Pilz und ich fühl mich total im Arsch. Ein bisschen. Ich hab gebremst und dann den Pilz genutzt und wieder auf... Ich hab jetzt einen goldenen Pilz und drei Pilze, ey. Matti ist schon wieder dort irgendwo ganz, ganz vorne. Was? Quatsch, ich bin Fünfter. No, 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 no. Nicht gegen Wandfang. Ich weiß, dann werden sie auch voll kackt. Gegen Wandfang nicht so gut. Alter, was sagt das? Angst in einen Stern zu rasen, weil vor mir gerade zwei Sterne waren. Dann benutzt dein eigenes Stern. Dann besiegt die es Angst. Stell dich hier. Apropos Stern, ich hab da einen. Oh, das ist jetzt fies. In dieser Kack-Kurve, ey. Hilfe, diese Kack-Kurven, in der wird man immer getroffen. Boah, Tintenfisch ist ja schon kurz, ey. Ich glaub, das fällt einfach nur immer runter. Haribo, hab ich dich mit meiner Greenshade getroffen? Ja. Nein. Ich bin noch nie in so einer Kack-Kurve. Ich bin noch nie in so einer Kack-Kurve. Ich bin noch nie in so einer Kack-Kurve. Im Glücklich. Ja, hast du. Find ich gut. Aber was ist denn die Erdpilz? Ich bin noch nie in der Kack-Kurve. Achso. Kino-Kete. Warte, Kino-Kete. Was ist denn los? Warum bekomm ich Dolpilz? Das ist auf dieser Strecke total im Arm. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Schieß dich. Schieß dich die Redshade. Warte, Warte, Kete. Nein, nein. Hast du mich gerade noch mal gegen die Wand geschmissen? Wir sind ja gerade jetzt weggekommen. Ich hab dir gesagt, schieß dich die Redshade. Hä? Hilfe, warum? Warum hat das aufgehört zu fahren? Wer ist denn auf Platz 2? Boah, hab ich ne? Ich bin gerade noch hier, ey. Ich bin auf Platz 2. Richtig. Was ist das? Ihr seid vor mir. Die Map ist nur Greeny. Ja, ne? Außerdem, was geht Greeny? Schön, dass du da bist. Siebter. Okay, siebter ist nicht erster, aber ist fast erster. Noch fahren wir ein paar Ründchen, wenn du dazu kommen willst. Komm gerne dazu. Ich bin's, Alter. Ich hab's geschafft. Ich bin endlich Frau Ludwig. Was? Was? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Alle Babypark. Alle Babypark. 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 Wenn das kommt, dann kommt die Kildschungel. Schade, ey. Ich dachte, man... Dschungel, wir kommen. Gleich so keiner wie im Dschungel außer Cheesecake. Wenn das gemacht wird, dann ist das Hochverrat. Das Verrat am Dicay-Dschungel. Wird schon ein bisschen feiern, muss ich sagen. Schließt extra auf uns, oha. Ja, komm, komm gerne dazu. Kannst du ein Mario Kart spielen? Ja, Greeny kann, glaub ich, Mario Kart. Ja, aber kann er nicht im Bett spielen? So muss er doch aufstehen. Um, ähm, mitzuholen? Ja, richtig. Genau. Außer er hat die Switch so gerne gewonnen, dass er immer sich neben sich liebt. Für den spontanen Mario Kart Kampf. Autsch. Was hat das denn? Mario, schießt ne Ratsch, was los mit euch? Alle Greenshells werfen, Greenshell-Party. Es musste hier drin eine Greenshell-Party entstehen. Nein. Oh, no. Oh, no. Oh, nice. Da hatte einer mit nem Stern in der Hand noch ein Stern. Ja. Ich hab für das Oké den gespielt. Haribo ey. Nein! Wir werden... Oh, die Risschen. Oh, die Risschen. Broke, echt? Möni war hinter mir? Oh, dankeschön, dass du meinst. Wernst du nie bei neben dir. Ach so, hab ich nicht. BAM! Haribo! Möni ist natürlich, glaub ich, mal wieder Erster. Nee ich bin, leider 10. mann jetzt wegen haribus bombe schon wieder siebter danke haribo selbst voll gern aber es ist baby pack war das keine ahnung also stehen zwar baby parker der reisende euro deine schuld selbst jetzt sind wir nicht ja kamen alle worte die bombe wusste keine dschungel wusste keine letztes bananen kaputt ist erkennt das ist natürlich auf den bananen kaputt ich hätte jetzt echt lustig gefunden wenn keiner will ich meine map selbst schon das kieseland jetzt müssen wir die kecke zu sagen einmal die keitung bekommen es ist auch nicht so hier extra für cheesecake das schießt denn okay das ist ja kein käse kuchen ja dann macht er aus der seite kuchen ich mal voll verwirrt hier ist das für ansprüche habe ich extra für dich gemacht und das werk also zum käse in kuchen es wäre also zahlen mit dem hier los heute der geht voll ab die npc sind auch normal bei der voll ja der ludwig ist voll dicht an und wir haben schon die ganze zeit ich glaube das ist so eine die lern vom ersten in jedem in jeder mario karte runde gibt es diesen 1 mpc der trotz allem immer weiß was du machst und wir zu vorkommen aber eigentlich offline kann man es doch im modus marika ja es gibt sie auch so kritisch du kannst ja so und sei es aber auf jeden fall da gibt es gibt sogar offiziell man weiß man kann immer das war mein boomerang gewahlen ob sie von zwei stück gab also irgendwie hat mit mir dieses schweigen gerade nachdem ich gesagt habe das war mein dummer rang wer hat die angst gemacht ja ich habe bewusst ich wollte auch eigentlich der nichts zu sagen ich war habe ich gedacht dass ich mich gegen die wand geschnitten weil es gut ist habe ich bei mir auch hier hier findest du vergeblich nach mein freundlich ist es wahrscheinlich wie die da und denkt sich er ist gut da habe ich mich bemüht geht wieder ins bett zwei sterne sind ja auch wenn es so geht wie hier dann kann es ja nicht auch wenn ich jetzt stehe auf dem streaming plan er hat mir sehr viel mühe gemacht dort imposter zu sein ist sehr schwierig für mich ich war da einmal im poster und das war dann als ich dann aber ich schicke ihn dir ich bin dritter alter im weltwunder interesse ich könnte im strahl kotzen gerade bitte einmal die dschungel die dschungel dschungel ja da wird das bestimmt die dschungel bitte selbst wenn jemand mit wunsch weh macht weder die nicht und du weißt ja gut sie können wir alle barrios abnehmen wasser trinken hätte noch eine stunde länger wasser trinken müssen ja das stimmt das ist und die punkte zurück in guter sich mittlerweile ich hoffe du bist zufrieden kann und wir haben deine map herauf das war das ist eine schöne mädchen so sind dschungel und nämlich das hat mir und wenn du möchtest du kannst auch gerne mit in den diskursen außer du wirst nicht mit uns was kann ich gut verstehen die gegen mich warum geflogen gerade fünf grüße und eine wäsche auf mich noch nicht die die mochte nicht man muss doch einfach so abwerfen runterfällt was dabei wie es mit mir morgens haben wir haben wir halt auch diskurs nicht also da machen wir nur mit ist gott und freust deswegen wenn wenn man noch recht neu ist im stream da würde ich glaube ich erst mal noch ein bisschen integriert warten wenn man noch das punkt so also so dass ich dann damit ich war so ein bisschen dann noch mal elite werden warte mal hat es geiler mich überfahren wenn ich geile überfahren habe ich bin ja nicht erster noch nicht aber ich muss einfach so weiter gefahren ich dachte ich wäre ja ich habe doch auch sich im fix krieger hast du kannst du kannst du kannst aber in den panzer von den laufsprecher halten und das ist so groß er hat kein leben für dich gott damit ich den die dd die buchstelle ausbrechen kann ich hatte hoffnung ja jetzt erstell man hoffen doch mal gerne immer wieder so offline ist irgendwie durch irgend oder halt auch außerhalb von streams oder so bin ich ja auch so schlecht und immer wenn ich mit euch zocke bin ich irgendwie auf den letzten plätzen sind halt hier weil wir halt gut sind sich an dich anpassen und wir uns nicht an dich anpassen wir sind hier sind halt profis hier muss man sagen ich wir sind die besten marvel karts spieler der welt also online wenn du deine lobby hast dann spielen die alle walu ich muss sagen wenn ich war schon sehr ehrlich ja dann krieg ich mit dem auto und den kleinen reifen echt mal ich habe das nicht gesehen ich weiß nicht wovon du redest der blitz hat mich gesaved also ich bin dritter ich habe gleich viele punkte ich habe das erste mal ein pokal reich noch mal für eine vierer runde oder ja klar wir machen noch na klar sie ja da passen fünf vierer und rein wenn wir die nur mit einer runde fahren aber ansonsten wirklich wirklich ich habe irgendwas das erste oder das zweite gebiet was da war also ich war zu faul da irgendwas einzustellen bei der wii war das damals cool nie zu erstellen man hat einfach die es gab so eine fotofunktion also da wurde die kamera aktiviert ja immer blöde machen ja richtig vielleicht hat er nicht blöde man da immer irgendwie hässlich aus es gab immer damals immer spieler haben gemacht und immer wenn doch nicht mal die dschungel ich wollte die nicht mal wählen ich wollte die regenbogen piste wählen er werde kommt jetzt die ich nicht haben möchte und ich muss eine runde zukunft war ein bisschen gleich eine sekunde eine sekunde zu spät man kann allerdings noch drei runden dann dann guckst du ja guck mir nicht was du siehst ist ich fahr gegen die wand er ist eigentlich ganz lustig mit dem E-Mail ist geiler hat Prozent vor mir sehr klugen nicht gemacht habe ich werde nicht ja ich war nicht drüber reden was du du bist einfach runtergefahren ach so ja auch das ist das heißt wieder vergessen schlau das passiert öfters gehalten daher das kenne ich will nichts mehr spiel und weiß nicht irgendwas nicht mehr und ich lachen muss dann kann man das spiel das hat bei mir tatsächlich ich kann wirklich nicht wenn ich lache oder mich aufrufe oder so dann kann man mein gehirn hat auch ein koordinator ich glaube ich habe die blutschelzer stört die hände stehen an den zweiter link welcher link ist jetzt mit welchen muss ich angreifen der hinteren vor mir wieso hast du denn also der er ist geiler ich hast in der Karriere so und immer den Brustrunden ja gar nicht weiter da haben und die wird er sagt dass ein Ziel ist es geht was das heißt oder was würde er nicht mehr hat ein Jahr ich bin aber auch nicht mehr so gut in der Fall ist öfter sein wenn ich jetzt vor allem kann ich mich auf vorne nur abjahre ich bin ich betroffen das wird es wird das mitbekommen geiler wenn du auch vorne fest ich habe wieder eine blusche dann werde ich wieder vom 5 und einer wäsche angegriffen war gerade ist es nicht immer so gut das war knapp oder mit bisschen weiß was das schöne war ich war hinter dir und die grüße hat mich betroffen oha verdienen gern geschehen nein das ist ja man es nervt mich voll dass zwei links aufeinander fahren dann bis zum nicht mehr mit ist jetzt wieder erste den sehe ich auf der karte nein irgendwie habe ich das auf den fünften oder sechsten platz rumdumpeln würde ich hatte vorlagen ist dann habe ich mir einfach sagen sehr cool ich muss einmal anmerken also hier kritik an greenie bei mir ist blau ich dachte du bist greenie und ich bluey mario abfahrt ach so das ist sogar der account sehr damit nice sehr schön sehr cool sehr sehr cool ich freue mich jetzt bin ich ich hoffe ich habe ohne tun das richtig erwischt danke für den clip dankeschön das heißt eigentlich hast du nicht mal gewinnt ihr auf der freundes rüste das klo auf der freundes rüste ich weiß gar nicht ob ihr den eigenen account da wenn ja machen wenn wir nein einfach mal das wäre oder als ich meine ich kann auch haben aber dann werde ich glaube das kann was passieren kann ist dass ich manchmal mich fragt ist das denn und wer ist das kann man eigentlich nur es war da der namen ist ab ich habe erst mal mit die gegen die wand drücken und in eine banane reinhauen das ist mein leben warte mal gesagt könnt ihr mal aufhören mich hier weg zu ram und weg zu schubsen kann man nicht ich glaube ich gehe auch mal nach der runde kurz was essen boah dieser kackflugschel ey okay das passt doch gar nicht weil wir sind nämlich dann eh gleich fast fertig dann kannst du die letzten beiden runden einfach so aussetzen dann isst du und dann bist du prünktlich zu einem mongos wieder da oh gott jetzt einfach schnell einfach rein stopfen wer wirft denn da die bombe sag ich dir nicht greenie eine gabel kurz nehmen dann wieder rauf also wenn Matti sage ich dir nicht sagt das ist wahrscheinlich seine gewesen nein leidern dass man mit ich guck mal da deine banane weg ich möchte nur äh dinkster retter werfen greenie wirft einfach nach vorne eine bombe und ich muss irgendwie auf die arme ich wünschte ich hätte dich getroffen ey ich hab dir auch nicht mehr zugehört ich weiß nicht was da noch kam warum sind die normalen CPUs aber jetzt bin ich auch hinter dir jetzt kannst du mit sowas machen du bist auch so schlecht das war greenie greenie fährt das erste mal mit ruf das ist so fertig ist geiler ey nein das war greenie wirklich mit der bombe ach so das war ich auch hey wo kommen die feuer bildet ja greenie halt greenie geht voll ab die ganze Zeit alles also ich glaube es ist wirklich zu dir ich bin kurz erster ich bin kurz erster du sollst hinter mir bleiben nö ah doch geh mal ah warum du es nur im Pilz da brechen danke dass du mich nicht visiert hast mit denen ich hab mit der wand gekücelt das war eine sehr schöne los baby louisie greif kano an baby louisie ist kein pokémon wie geht ihr von bei harrypo? nein baby louisie bitte halt einfach wie ein pokémon halt bei mir bist du vor gegen die wand gefahren ne ich bin durchgekommen krass zu spiel zu spiel Director nein harrype ho ach ach wheelie mi oh 政治 nie ja monoc yeah Darauf kann man schreien Ja, aber eine Tastatur Updaten und installieren Teilweise brauchst du ein kleines Update Also das infalliert sich ja selbst sozusagen Die Software Ich glaube, ich habe schon ewig Keine richtigen Tastatur mehr genutzt Weil meine ganzen in der Notebook gepikiert sind Weil sitzen wir also Tastatur Das warst du ja Ich gehe dann kurz auf der Saison Guten Hunger Deinen guten Hunger-Cheese Ja, richtig, genau Greeny ist gerade noch dabei Wach zu werden, ey Und dann wird er so angeschrien Von Skyler Ja, genau Ich wollte gerade nebenbei noch Caros Nachricht lesen Ich bin die Matrosen, weißt du? Der nicht gemacht was, ne? Aber tatsächlich, Matti, lieber Matrosen als ein kleiner Käfersammler Ey, nix gegen Käfersammler, ja Ich glaube, wenn, dann wäre Haribo ein Käfersammler Ja, aber du, Matthew, ist ja der Käfersammler Nee, ich bin kein Käfersammler Ich bin ein Pokémon-Süchter Das ist ein Süchter, ja Ich bin ein Gentleman mit meinem Evoli Trotzdem ein kleiner Teenager Hi Haribo Hey, alle Pokémon und Trainer sind seine Teenager Ich glaube, die Leute kannst mich wieder überholen, okay? Okay, oder willst du da rein? Komm, schau Nee, das war zu weit weg Möni kann zu fangen Das bin ich Das war Möni Wo schmeiß ich die Grünschel denn? Weiß ich nicht, aber ich schmeiß meine Nacht Ich hab eine Sache abgeblockt damit Was hab ich die getan, Matti? Alles aufs Diebze, ey Was vor mir ist so Greenie? Oh, scheiße, ich wollte Greenie Umdrehen Oh, Entschuldigung, ich hab keiner hingekommen Nicht angenommen, ja? Nicht angenommen Oh, shit Warum fährst du in meine Bahn? Ich weiß gar nicht, ich war irritiert, ey Was ist das, was sie plötzlich stehen geblieben ist, gut, Herr Schein? Boah, ich bin so froh, dass die Mario Kart nicht länger als eine Stunde spielt, ne? Warum? Ja, weil immer die Konzentration in diesem Toaster gerade wird Und dann würdest du gleich noch mehr spielen? Ich glaube Wir haben ja festgestellt, je dümmer man killt, desto leichter ist, es herauszukommen Ja, das ist echt so Achso, du, ey, also ich hab schon öfters versucht, hab ich von immer rausgevotet Ja, aber bei NeverHard was Haribo und so Achso, okay, verdammt Ich muss sagen, das ist aber echt so, ey, ich glaub, ich hab auch schon überlegt Einfach vor dem Wind irgendwie vor die Augen zu töten und wegzurennen Und dann sagen, ich bin woanders, bis zum vorm Wandler Das funktioniert Also ich, ich kiel immer dumm Ich kiel immer total dumm und offensichtlich Den Smash oder Among Us? Und trotzdem nicht Among Us und Smash Ich hatte nichts um dir an den Kopf zu werfen Ja Ich bin erster Eine seltene Erfahrung Eine seltene Erfahrung, die ich mir niemals entgehen, die ich mir nicht entgehen lassen wollte Ist der Kack jetzt vorbei? Nee, eine Runde geht noch Da geht noch rein Achso, ich kann nicht mehr Eine Runde geht noch Eine muss noch rein Ah, nicht mehr Eine geht noch Eine muss noch rein Ich merke, Caro muss sich noch an der neuen Tastatur gewöhnen Also das Selfie potzt dann direkt, äh, Caro Nein Oh komm, das ist geil, das ist einfach Einmal Ich hab nicht gedacht, dass die drankommt, ey, ich hab gar keinen Bock drauf Wow, wie Wie willst du sie dann? Nicht mal, ey Geiler Jetzt fühlt euch alle so kacke, wie ich gerade Das ist okay Ich dachte, einmal für Greeny Der hat ja noch nicht mit uns gefahren Oh, der arme Greeny, der hätte jetzt was verpasst, ey Was ein Glück der Junge noch hat, hier Dass ich einmal diesen schönen Bett zu genießen hier Da freut sich Greeny bestimmt richtig Hey, Skylar Hi, Haribo Komm, da geben wir doch gleich in den Vorgang Wie, ich hab drei Bananen? Nimm, oh, das war ich nicht Wenn wir ihn auch noch älter wird, dann glaub ich, wenn ich auch Wollt eigentlich, wie die erste wird, dann feier ich ihn Ich wollt Weil ja, willst du sagen, dass wir sonst nicht feiern? Mehr dir Nein, das ist Wart mein Mund arm Wart mein Mund, wenn es sich tröstet Was ist denn hier los? Ich seh nix Ich seh nix Ich werfe einfach random Sachen Boah, die Greeny hat mich fast gekochen Hatte mal nicht letzte Woche jemand gesagt, ich versteh diesen Duper nicht? Äh, Cheesecake Also, er findet den doof Also, er findet den doof Wow Weil Cheesecake hat er gesagt, er mag den von hier, findet das Item useless Ja, wir haben gerade so oft gesagt, ich seh nix, ich seh nix Ach so Na, man, die sich festgucken, wie liegt denn Platz 1, wieso trifft man die auf den Stern? Was ist los mit euch? Oh mein Gott Ey, wo kam die Bombe auf einmal her? Habe ich dir lieber dümmen und nicht zurückgebreit Mann, ey, ich hab doch gerade alle überholt, die könnte mich dann jetzt aufwerfen, ey Oh, ey, das wäre es gewesen, wenn ich dich da noch vorher getroffen hätte, ey Greeny ist einfach erster, ob der Pult bist Finde ich gut Sehr gut, Greeny Mach mich trauig, Greeny Mach mich trauig Okay, dann Ey, da wie ich so ne Bombe einfach gegen die Wand werfe Okay, dann Okay, dann Okay, dann